Hallo Leute ich bin Marco von der Bassabteilung bei Session Music in Frankfurt. Heute im Basskanal stellen wir euch was ganz cooles vor und zwar den Orange TB500C Terror Bass Combo. Untertitelung des ZDF, 2020 Hallo, heute im Session Basskanal stelle ich euch was vor und zwar den Orange TB500C Terror Bass Combo Terror Bass 500 Combo. Das ist nicht nur was fürs Ohr, sondern auch was fürs Auge. Das Teil macht schon mal optisch einen wahnsinnigen Eindruck würde ich sagen. Wie gesagt, die Farbe allein spricht für sich. Orange nicht nur im Namen, sondern auch in der Gestaltung. Das ganze Ding liefert satte 500 Watt an zwei 12er Lautsprecher. Ihr werdet euch wundern, wo die sitzen. Die sitzen in diesem Gehäuse aber hintereinander und bieten ordentlich Druck, der über eine Bassreflexöffnung nach vorne noch weiter verstärkt wird. Der TB500C ist ein Kombo für Proberaum, für relativ laute Bands. Ich spreche da jetzt von Bands nicht mit Doppel-4-12er-Boxen, sondern Bands mit starken Kombos. So Richtung AC30, wenn der Twin, da kann der locker mithalten. Für Bühne ebenfalls sehr gut verwendbar, aber vor allen Dingen für Leute, die einfach Wert drauflegen, dass der Verstärker einfach cool aussieht. Und das Ding tut es auf jeden Fall. Er ist relativ spartanisch aufgebaut, hat eine 500 Watt Class D Endstufe, eine Röhrenvorstufe mit zwei ECC83, die im etwas überzogenen Gamebetrieb auch schon ein bisschen komprimieren, was sich aber sehr, sehr gut auf den Sound auswirkt. Solche Vintage-Sound wie... ...kommt da sehr, sehr gut rüber. Moderne Slap-Sounds... ...das geht auch ganz gut, wobei es für solche Sachen natürlich andere Amps gibt, die etwas, würde ich mal sagen, moderner klingen. Deshalb habe ich auch zum ollen Amp auch meinen alten 62er Precision Bass mitgenommen, damit es halt eben akustisch und optisch gut dazu passt. Die Klangregelung ist ganz einfach gestaltet. Wir haben lediglich drei Regler, einen Bassregler, einen Mittenregler und einen Höhenregler. Damit kann man wirklich alles machen. Von Haus aus kommt der Terror-Bass-Kombo sehr, sehr natürlich rüber. Das bedeutet, er gibt schon das wieder, was der Bass so von Haus mitbringt. Ich würde sagen, weniger ist mehr. Der Bassregler... ...der schiebt ganz ordentlich. Der Mittenregler ist sehr, sehr wirksam. Da kann man die Problemfrequenzen ganz gut in den Griff kriegen. Der Höhenregler ist... ...von relativ brillant... ...bis schön weich. Einsetzbar. Der Lautscheckenregler ist natürlich abhängig, wie ihr dann den Ico einstellt. Aber man hat hier wirklich jede Menge Reserven. Eine gute Geschichte ist, das Sing ist relativ klein. Nicht ganz so leicht, aber man kann das Sing ganz gut alleine tragen. Man hat einen Stand-by-Schalter, beispielsweise um die Pausen ein bisschen leiser zu gestalten, denn sonst rauscht das Ding dann doch ein bisschen sehr. Metall-Ecken, ganz normal, wie jeder alte Amp auch. Man kann die Front abmachen, zur Studioabnahme mit Mikrofon. Die zwei Lautsprecher sitzen hintereinander. Man muss da gar nichts groß machen. Das Ding hat einen wirklich sehr, sehr hohen Schalldruck, der in erster Linie so ein bisschen weiter weg erst gut zur Geltung kommt. Ich würde sagen, ja, so viel Proberäume ganz gut oder beispielsweise für kleine Bühnen mit einem, sagen wir mal, relativ lauten Schlagzeuger. Das würde funktionieren. Ansonsten ein Traggriff, der Verstärker wird hier oben eingeschraubt, Gummifüße unten drunter und dann, ja, mehr hat es von vorne nicht. Ist wirklich sehr spartanisch, aber sehr effektiv. Die Soundpalette reicht von Motorn bis etwas mehr so. Für solche Sounds ist natürlich dieser Kombo ideal. Also Plektrum-Sachen. Dann zerrt er so ein bisschen. So, ja, ich würde sagen, mal ganz natürlich. Klingt aber... Ja, und jetzt würde ich sagen, gucken wir uns mal die Rückseite an. So, zur Rückseite dieses kleinen, aber sehr kompakten Verstärker. Ganz normalen Netzeingang. Hier kann man die Spannung wählen, indem man, ja, natürlich hier bei uns in Europa 230 Volt. Ein Lüfter, der sich leider nicht abschalten lässt, der aber von der Lautstärke noch verträglich ist für Studioarbeit. Das würde ich sagen, da muss man die Mikrofone vorne rechten abplatzieren, damit man das nicht mehr mitbekommt. Ansonsten einen Speak-On-Ausgang für den eingebauten Speaker und unten drunter gleichzeitig auch noch einen Speaker-Ausgang für eine zusätzliche Box. Man kann an diesen Amp eine zweite Box anschließen. Gibt es beispielsweise auch von Orange natürlich, im selben Design und im selben Look. Und dann müssen wir dann aber dann auf 4 Ohm schalten, denn die Zusatz-Lautsprecher sollten ebenfalls 4 Ohm haben, 8 Ohm haben. Und dann hätten wir die richtige Pendants. Ansonsten bringt der Amp hier an den eingebauten Lautstärke doch recht viel Druck. Ich mache das mal ab damit. Mal das, was ihr seht. Als nächstes ein symmetrischer Ausgang für das Mischpult. Recording oder Live mit einem Ground Lift, der das Brummen eliminiert. Und zu guter Letzt ein Einschleifweg für Effekte wie Chorus, Delayer, solche Geschichten. Man kann aber auch hier beispielsweise einfach einen Tuner anschließen, den man dann einfach zwischen dem hier vorne drauflegt oder vorne hinlegt. Und mit dem Standby kann man dann in Ruhe stimmen. Ja, mehr braucht der Amp letztendlich auch nicht. Er glänzt eigentlich eher durch seine Leistung. Er ist für die Größen, Orte und Ton sehr, sehr laut. Und bringt wirklich sehr, sehr gute Vintage-Sounds rüber. Ja, so ein bisschen so Motown, Blues, Bluesrock würde ich sagen. Das ist so ein Idealverstärker. Ja, und vor allen Dingen, er sieht unheimlich cool aus in diesem orangenen Look. Also, Orange. Für alle Leute, die nicht nur auf Lautstärke und Sound, sondern die auch auf Optik stehen. Leute, das ist euer Ding.